Jack McCall würde alles sagen, um zu bekommen, was er will. Hallo? Sie hat weh? Hat er ein Baby? Sie bekommen ein Baby? Bei dir ist ein Baby unternix. Haben Sie vielen Dank. Zwillinge? Es sind Zwillinge. Danke. Wie geht das Haus? Herzlichen Dank. Aber diesmal. Sie werden denn mein Buch veröffentlichen? Das versteht sich von allein. Sie haben ein Wort. Hat er den Falschen angelogen? Was war das denn? Sie und dieser Baum sind jetzt verbunden. Hallo? Wenn Sie reden, fallen die Blätter vom Baum. Ich will meine Babyspair, Babyspair, Babyspair. Ich will meine Babyspair, Babyspair. Was passiert, wenn ein Baum all seine Blätter verliert? Ich werde sterben. Ich habe also nur noch tausend Worte übrig? Können wir reden? Dann schließen wir den Vertrag. Doch ab. Hallo? Jack? Yeah! Schön. Blinty, Triple Shirt Latte. Eislatte. Extra Milch? Was soll das? Gewackel und Gegrunze. Konzentrier dich einfach auf mich. Unsere Worte haben eine tiefe Wirkung auf das gesamte Universum. Ich soll das Sprechen übernehmen? Tun, was Sie tun würden? Ihr müsst mal Ansage machen und die fetten Dinge auffangen. Ich bin Aaron Weisberger. Respektier das mal, Alter. Jack, was schwitzen so? Chill, der Homi. Das geht klar. Sagen Sie mir, wann ich sicher rüberkomme? Mhm. Jetzt schon? Danke, Freund. War das ein Bombenanschlag? Noch tausend Worte.